Was ist das Landesamt für Umweltschutz? Das Landesamt für Umweltschutz ist das Flaggschiff der fachlichen Begründung vieler naturwissenschaftlicher Themen, die um unseren Umweltbereich tangieren. Wir können uns darauf verlassen, dass hier Wissenschaftler auf hohem Niveau die Fragen, die im Umwelt- und Naturschutzbereich auftreten, beantwortet werden und bieten damit für unsere politischen Entscheidungen eine ganz wesentliche Grundlage.